Das große Finale der Season 2 in Worms Reloaded. Nach vier Matches haben wir ein geradliniges Unentschieden und jetzt geht es um die Entscheidung, wer der krasseste ist in Worms. Sango, Nico, ich oder vielleicht sogar Yetiwin? Mir gefällt schon nicht, dass du am Drucker bist, was die Map entscheidet. Wollt ihr so eine offene Map? Ich möchte mehr Granaten. Ich möchte mehr epische Granaten, bitte. Oh, ich möchte bitte keine Brücke, ich bin Brückenscheiniger. Lass sie doch mit Brücken. Nein. Nimm mal die, sie ist fair. Die sind immer schlau, aber stinkt. So, die nehmen wir jetzt. Die war gut. Wozu gibt es die Brücke da? Ich auch nicht. So ein Riesenabgrund da hinten noch. Da gibt es Brücke zu den Ölfesseln. Ach stimmt, ich habe eigene neue. Okay, super, super gut. Okay, Silber. Hans-Peter, Knife-Party? Oh Mann. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir noch mal sagen, wer wer ist, weil es jemand nicht aufgehört hat? Äh, gelb, gelb ist Nico. Rot mit den Zauberhüten ist Yetiwin. Äh, die grünen Russinnen sind von Sango und blau bin ich. Russinnen. Matthias, nein! Nein! Das geht schon mal, äh... Das geht schon mal, äh... Zielsicher geht es los. Oh. Oh nein! Kann man nur H.P. Baxter sofort killen? Ich meine, okay, der Mann kann nichts, aber passt. Er hat gesagt, er kann voll die Lyrics schreiben und so. Haha! Das war eine dreiste Lüge, ich musste ihn töten. Das war eine dreiste Lüge, ich musste ihn töten. Das war eine dreiste Fisch! D-d-d-d-d-d-d-d-d. Let's stopp! Ey, komm. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! Man, die ist es nur euphorisch, weil er gerade einen erfolgreichen Ratschland hat. Aber wieso hat er denn das Healthpack nicht eingesammelt erst mal? Weil der... Was hat einen Schaden noch dazu? Also Kisten, ich finde das toll, dass... Ich finde das toll, dass ein Healthpack direkt neben mir landet. Aber ich nicht dran bin und deswegen ist gern die Schaden zu führen. Ja. Ich hätte halt mit der Mine gerechnet, dass die da noch hängen bleibt irgendwie und dann... So. Achtung! Skill-Granate. Ja. Bleib mir hieb! Nö und gefangen. Gefangen sage. So ein Spaß. Ähm, Kopfnuss. Oh mein Gott, noch mehr Feuer. Und ich einfach nur die Weiber zieh. Obama! Komm mit, komm mit meine Gründe. Komm mit ins Abenteuer ran. Jetzt haben wir schon Copyright drauf, ne? Oh, shit. Muss ich, muss ich rauspiepen. Ja. Einfach nur schon... Jetzt müssen wir noch ein bisschen Nickelback singen, dann haben wir das ganze Internet gegen uns. Wieso springt der drüber? Ich bin dumm. Yeah. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du kannst mir Granate unten auf die Waffenkiste werfen. Wer ist denn die? Achso. Okay. Okay, ich verstehe. Das hab ich doch eh nicht. Warum denn Spence und ich Harry? Du bist doch die krassesten Granatenskins von uns allen. Spence, die müssen Männer sein sollen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Du hörst, wo du recht hast. Nein. Sorry. Oh, nein! Was ist denn gescheidig? Das ist der für Granatenskills. Boah, ist das gut, ey. Sango und ihre epischen Granaten. Sango zielt auf Andronicus und trifft mit ihr. Das ist doch fachbar. Nein, ich hab zwischen Deacon und den anderen da gezielt eigentlich. Sehr gut, sehr gut. Es tut mir leid, man dir. Wieso tut's dir leid? Es ist das Finale in Bruns. Was? Das war so apathisch. Gemein. Ja, und jetzt macht er mich doch gut nehmen. Oh! Komm! Hier! Flick doch runter, Mann! Das gibt's doch nicht! Oh! Oh! Der Spiel ist gegen mich! Du hast doch 70 Damage gemacht. Jetzt freu ich mich. Ich wollte sie runtergucken! Was? Runtergucken? Was? Are you still ran? Was? Are you still ran? Runtergucken! Ich werde mal runtergucken. Ganz schön. Matthias, es gibt sich halt mit nicht weniger als Perfektion zufrieden. Selbstverständlich. Sein Körper zeigt genau das. Kopf los! Ah! Fünf Damage! Fünf Damage! Fünf Damage! Fünf Damage! Fünf Damage! Fünf Damage! Come on, you waste the time! So. Ähm. Herr von. Warum gehst du aus der Grube mit Matthias raus, um mich anzugreifen? Warum machst du dir den weiten Weg? Versuch's nicht hassen und erklären! Ah! Ich hab dir überhaupt nichts getan bisher. Ja, das ist halt das Problem. Die hat keiner was bisher getan. Hä? Du! Das ist Krieg! Krieg gefahren! Genau! Polen hat auch nichts gesagt. Ey, wir haben doch gar nichts gemacht. Genau! Wir haben's verdient! So, du, wenn's jetzt vermirkt! Die gesamte Runde! Ich prophezei's euch! Unten rechts ist dieser eine komische Wurm vom Rakuta Blatt! Ende! Bis zum Schluss wird er jetzt daher rumhocken! Das zeigen wir jetzt schon! Hallo! Sei ruhig! Spence, stirb lieber! Spence, stirb lieber! Spence, der bleibt ab! Der wird nicht sterben! Mit nem Dynamie? Oh! Ich bin schon ruhig! Ich bin schon ruhig! Ich bin schon ruhig! Nein, das wird ja nix! Nein, das wird auch nix! Das wird auch nix! Weißt du, was ich jetzt Sango gemacht hat, war immer, weil du irgendwie nen Tipp gegeben hast! Nein! Doch! Also die Granate gerade? Hallo? Natürlich, das war ein Skillshot, aber die kämpfen lieber nicht drauf gekommen! Warum? Oh! Komm mal, Nink! Hä? Geh weg! Hä? Aha! Auto ist weg! Auto ist weg! Auto ist weg! Mein Auto! Oh Gott! Auto ist weg! So... So ein fünfjähriger Auto ist weg! Ja, Sir! Okay... Leute! Ey, guck mal, ein Onikus sieht sich da voll super, ne? Ja, wir machen da jetzt erst mal nen schönen Grenade-Wurst! Ey, ich hab keine für euch was getan! Ah, okay! Oh, okay! Auf einmal kann der was verliehen! Ey, dafür würd ich ihn einfach schon finden! So gemein, ne? Oh! Waaah, unheimliche Schlüge! Sayonara! Das wär eigentlich am taktischsten auf Raku zu gehen, hätte ja schon die vorige Season gewonnen. Das ist aber nicht fair play. Ey, das sagt gerade der Wichtige. Ja. So gemacht. Ich gebe auch. Ich werde so missverstanden. Jesus. Was ist das jetzt? Was machst du denn? Achso. Uiuiuiui. Ich habe kein Schuss. Bitte. Bitte. Ich werde das nicht. Ey, es ist doch eindeutig, dass ich immer dich Pech verlieren. Warum war das Pech? Ja, weil... Es ist nur Glück, wenn dein verstandlicher Lage ist, es zu begreifen. Was ist das? Und noch ein Schaf. Was ist das denn für ein Schaf? Wieso ist... Wieso hat es instant umgedreht? Schön, bist du. Auch wegen des Feuers da. Lol. iva und den Mann der Mann. Jetzt kann ich nicht mehr. Several hat den Mal. Notacağ Wo hab ich denn meine Leute noch? Achso. Den Spence hast du noch. Obwohl Easy ihn umbringen wollte. Habt ihr manchmal auch, dass sich die Grafik verändert von den Leveln? Also, bei mir ist das manchmal so. Da fehlen dann irgendwie so diese hinteren Silhouetten von der Erde, die man sieht, wenn man was wegsprengt. Also die Ränder quasi. Nö. Okay, dann ist das so ein liebiges... Du solltest aufhören, bald Lidl einzukaufen. Merkst du selber, ne? Das ist wahrscheinlich ein Fraps. Ja, selber. Der knappt, merkst du selber. Auch ein Schaf. Ja. Bestiality. Nicht übel. Dürfen wir das erwähnen? Nein. Exzellent. Warum, warum hab ich als Einziger nur noch einen Wurm? Dürfen wir das bitte als Counter reinhauen, wie hier Beastiality oder Tearkill? Hör auf, Counter zu erzwingen. Doch. Oma Furcht. Kiwi, komm in, Big Bird. Counter. Bist du? Ja. Bauen einen Counter rein für geforderte Counter. Und da versteckt er sich wieder in seiner Grube. Ich bin auf die Fahne gelaufen. Ich stehe sogar oben. Ich habe den Mount London bestiegen. Nein, Nico ist scheiße. Ey, da ist eine Olga mit 28, du Pille. Ich hab auch nur noch zwei Wurm. Ich will den Jack und ein. Warum auf den? Hab ich jetzt auch nicht verstanden. Es ist krass. Ey, du bist auf die Wurz. Es ist doch genauso. Fackt, Alter. Das ist so Olga 28, hinten Tief, äh, Kenji. Den Kenji hätte ich nicht erreicht mit der Raketen. Reicht keiner, weil das... Guck mal, guck. Jetzt schön nochmal die, schon die, die, die Fernangriffe raushauen. Elf Tag. Alles, was er hat, bis... Nee, weißt du, er nimmt jetzt den Brenner und baut sich in die Wand. Ja, wenn das so wäre natürlich, dann ist der... Der hat ja den ganzen Respekt der Community verloren. Es geht doch nicht um Respekt. Es geht um den Sieg, den Sieg allein. Oh, bleibt unten, ne? Sit down. Da komm, du devi ins Wasser. Ja, bitte. Ja, was erinnert? Ja, hey! Wenn du dich vomsenst hast, viel zu viele Leer ankommen einfach, wo man nichts macht. Ey, war gut. Ey, ich habe auch nur noch einen ... Oh, echt was? Echt was? Ach, du Scheiße! Rakufehl, nennenööööööööööööööööööööööö. Nein. Kannst du ein Bunkerbombe geben? Zurück Geschwenzolle sehr gut hier. ich bin und sie mit einem Base-Verschläger auf einem Messer-Party drauf es tut mir leid ich habe auch leider alles für die Katze kommt es kommt es ist alle unsere Bunkerbomben jetzt auf Kenji ein mein Gott damit denke ich aus dieser scheiß Deckung rauskommt ja ich finde es viel sinnvoller to smell da anzugreifen ja schon aus dem Grund müssen wir dich nicht jetzt angreifen ich habe das doch nur gesagt weil er schon mit dem Pfeil auf wo wirst du denn wo wirst du denn gefokust ich weiß jetzt nicht wo ich hin muss ich habe nur noch hier 28 OF 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 Was mache ich denn jetzt? Oh, ey, das ist doch lächerlich. Wieso? Aber es wäre dumm, wenn ich sie nicht nehmen würde. So, und was jetzt? Was hast denn du gesammelt? Nichts Gutes. Oh Gott, im Himmel. Okay, warte mal, das machen wir anders. So. Klappt das? Nee, das klappt nicht. Scheiße! Da kann er wieder nix. Ja, völlig richtig. Jetzt macht den Bogen. Boom. Au. Reinforcet haben wir erreicht. Aus dem, von Yeti will ich am wenigsten was hören. Spence sitzt auch nicht besser. Ich habe auch mit dem noch nicht gespielt. Ja, dann bin ich jetzt gespannt. Ja, jetzt warte mal, erst mal mein Stillshot. Jetzt auch, hör ab, ey. Hallo. Ich bin zu mega. Ja, Sir. Hat angliere Mädchen. Jetzt erst mal hier. Bei Sangos stimme, denke ich immer an die, an die Mind Turtle. Hallo, Mind Turtle. Hallo. Ich suche, es tut mir immer leid, dass sie explodieren muss. Ey, jetzt auch schon voll drauf, ey. Ihr seid alle viel zu gut. Voll trainiert alle. Gestern bis halb vier habe ich gehört. Ey, umgörst du... So. Ja, wir haben dich alle extra gut vorbereitet. Ja, außer ich. Ja, du nimmst das ja auch nicht ernst. Kann ich jetzt bitte noch das Ding einsammeln, ey? Oh, fuck. Oh, nein. Oh, Gott. War alles unsonst. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Du warst gar nicht mitheuern, du hast mich ja verrichtet. Ich kann, ich darf doch wohl Mitgefühl empfinden. Du hast kein Mitgefühl, du hast mich ausgeschaltet. Ich hab dich ausgeschaltet? Ja. Ja, klar. Ja. Weil es gibt, gibt, ach. Nur weil ich, das sagst du nur, weil ich Jude bin. Was? Ja, das ist keine Konfession, das ist eine Ethnie, däh. Däh. Er hat trotzdem 15 verloren, wieso das denn? Druckwelle, oder was? Ja. Das ist Dynamite. Oh, darf ich nicht. Warum heißt der? F. Oh, oh, oh. Das sind alles DJs. Ah, okay. Wusste ich nicht. Ich kenne nicht DJs nicht so aus. F. Das sind doch alles so, das sind doch alles so eher Indie-Typen. Genauso wie DJ-Kartner, dann so. Geh doch auf, Mati. Oh, oh. Er fokusslich. Ja, ich weiß. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sympathie-Punkte für Nico. Weil ich die Sachen zu Hände bringe, ne? Oh, oh. Oh, oh. Oh, yes, oh. Das hat Hitler auch gesagt. Oh, oh. Also, wir sind ziemlich politisch, n bisschen, Alter. So vieler, Alter. Wir sind ziemlich antipolitisch. So. Ja gut, das war's dann für mich. So. Hey, ich hab mich schon mal angenähert. Hey, der hat schon viel aushofft. Das sind Normandy-Normandy-Krieger. Oh, fuck, was war denn das? Das ist grad echt Normandy. Ja, ich mein, ich weiß schon, Normandy. Gott, was war das denn? Da wollte ich beweisen, dass ich es auch anders kann. Ah, ich muss ja. Das hat gezeigt, dass das nicht so ist. Ich bin immer nur mit einem übrig, weil ihr nicht am Anfang kaputt bummst. Ja, der eine ist aber schlimm genug. Es gäbe diesen einen nicht, wenn ihr nicht so wehrt. Oh Gott, ich muss alleine gleich gegen zwei von Matthias. Oh, nein, 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 nein. Ist die falsche Richtung. 15 ist aber nicht so viel. Du hast grad null gehabt. Du hast grad null gehabt. Du hast grad zwei Stück eingesammelt. Er hat da noch einen Jetpack. Er hat da noch einen Jetpack. Jetzt holt er sich das und da ist die Superbananenbombe drin. Guck dir an, was der für eine Strecke zurücklegt. Jetzt sitzt er sich dahin. Das ist so ein klein. Scheiße. Genau, das ist wirklich gefordert. Er ist ein Wort. Er ist ein Wort. Oh, dann hat ein Bunkerbombe. Oh, oh. Was passiert jetzt? Nicht viel mehr als nur bei normalen Bunkerbombe. Er hat alles frei. Sehr schön. So, da bin ich ja froh, dass ich das hier gefunden habe. Was ist das? Alles so. Nein. Alles klar. Alter, Vater. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, der Matthias hat so gut wie gewonnen. Nein, ich hab noch fast nichts. Ey, das diese... Ey, das ist so dumm, dass dieser Mensch wieder gewinnt. Hahaha, noch hab ich's nicht gewonnen. Du hast gewonnen. Ich hab auch mein Jetpack schon eingesetzt. Nein, warte, jetzt geh nicht zu dem. Du musst uns auf lange Entfernung mit dem halt ausbetteln. Ja, warte doch mal. Ausbetteln, das wird jetzt mal... Schöne Grenatenschlacht. Oh. Classic. Okay. Der Zauberer auf den Turm gegen den Soldaten muss. Oh, Mann. Hui. Schubsen. Schubsen, ja. Schubsen tötet mich auch. Naja. Dann ist doch mal hier halt unser... Also man muss sagen, man hat den halt wirklich unährenvoll gewonnen. Ja. Ich bin einfach gerade... Oh, Mann. O.M.G. Äh. Ach, Matthias, du Dummkopf. Du kommst mit Granaten zu einer Lenkraketenschlacht? Hey, Panathie! Zauberer! Hauptsache, keiner kümmert sich mal um den. Aber es war wirklich der Typ, der die ganze Zeit in dieser scheiß Ecke da stand. Hab's da gesagt. Hab's da gesagt. Ja, das war Season 2. Das große und warmste Turnier. Vielleicht wird es keiner dir gönnt, weißt du? Vielleicht sollte... Wir machen eine Granaten-Classic-Classic-Classic schreit er. Du kommst zu einer Granate... Äh, die Granate ist zu einer Lenkraketenschlacht. Vielleicht sollte jemand von euch die Abmoderation machen. Du bist so ein Russe bist du. Will einer von euch die Abmoderation machen? Ich mach die Abmoderation. Leute, das war's für immer mit Worms. Spielt kein Mensch mehr. Miraku ist unfair. Benutzt zu viel Ninja-Ropes. Ja, und damit verabschieden wir uns. Und, ähm, hatet mich auf YouTube und auf www.playcast.de. Ciao. Bis zum nächsten Mal.